Also, die haben weißen 3. Die haben... Oh Gott, die sind ziemlich gut. Was ist denn das? Freund hinzufügen. Nein. Oh Gott, die sind gut. Also beeindrucken wäre ziemlich schwer. Rabben haben... Oh nein, 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 nein. Mit denen legen wir uns nicht an. Die sind zu stark. Da liegt noch was. Das holen wir uns. Aber ansonsten... Wir machen einen auf lieb. Ja, so. So geht das dann. Da greifen die uns nicht direkt an. Also die zu besiegen wird im Moment erstmal schwer. Eine Deckspan. Aber eventuell gibt es ja noch andere, die wir hier besiegen könnten. Also. Hier ist noch ein anderes Nest. Wieder von denen eingenommen, oder wie? Naja, egal. Ähm. Gut. Doppelbogen. Naja, gut. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumgucken hier. Für neue Sachen und alles. Wow, wow, wow. Was ist das für eine Musik? Ach, ich weiß glaube ich, was das für eine Musik ist. Ich glaube, hier ist irgendwo eine epische Kreatur. Oder? Nein, das war ein Meteoriteneinschlag. Oh ja, es kommt ein Meteoritenschauer. Ah, Rettung oder Leben. Oh, die sind jetzt alle ausgerottet worden, als der einschlägt. Oder haben wir die schon besiegt? Oder haben wir die schon besiegt? Ich glaube, die hatten wir schon besiegt. Oh Gott. Können wir nur für unsere Rasse hoffen, dass wir nicht getroffen wurden. Äh, ne, hier sind... Genau, hier war das alte Nest. Genau. Da hier drüben, wo ich gerade hinzeige. Da war das alte Nest. Gut. Da sind wir so ziemlich wieder am Anfang. Das ist gut. Und... Achso, ja, ich könnte euch mal ganz kurz den Fortschritt hier zeigen. Den wir schon insgesamt gemacht haben und den ihr nicht sehen konntet von mir. Also, hier haben... Soweit waren wir. Genau, hier hatten wir gespeichert und Schluss gemacht. Das letzte Mal nach 3 Milliarden Jahren und 32 Millionen Jahren. So, und dann hat sich nämlich die hier zum Aussterben gebracht. Die ebenfalls und diese ganzen Sachen freigeschaltet. Und dann immer so weiter. Die ganzen Sachen freigeschaltet. Da bin ich gestorben. Nein. Haben wir ein Rudelmitglied verloren. Bin zugefügt verloren. Bin zugefügt und so weiter. Da sind wir gestorben. Also, ich bin ziemlich oft gestorben. Das ist viermal gestorben. Genau. Achso, da bin ich in der Zeit wie immer gestorben. Achso. Ja, hier sehen wir nochmal alles. Das heißt, wir sind in unser neues Nest eingezogen. Und wir haben gute 3,6 Milliarden Jahre hinter uns. Das ist doch eine ordentliche Zeit. Ähm. Gut. Also, ich würde sagen, wir sind noch nicht mehr in der Mitte. Aber, wie gesagt, ich will so ziemlich alles hier fertig haben. Und, ja, mit der Erweiterung wird es sogar noch länger dauern. Also, könnte schon mal froh sein, dass ich das nicht installieren kann. Denn dann, naja, gut. Also, hier sind schon wieder neue Gegner. Oh, die haben mich, die haben mich einmal getötet. Also, die, die kriegen jetzt aufs Maul. Also, richtig, kriegen die jetzt aufs Maul. So, ganz stark sind die eigentlich nicht. Denn, wie sehen wir, wir verlieren kaum Leben. Aber die schon. Oh, ist das noch eine Alpha? Nein. Oh, mein, ich bin fast tot. Oh, nochmal ganz knapp geschafft. Oh, das war eine Schlacht, ey. Das war... Okay, mal eine... Ein Kampf der etwas anderen Art. Aber gut. Wir haben wieder... Schön DNA eingenommen, auf jeden Fall. Sind noch wieder voll geheilt. Nicht schlecht. Neue Sachen haben wir auch. Drei Stück insgesamt, oder... Oder vier. Glubschauge. Glubschauge. Äh, ich... Ne, die haben uns noch nicht getötet. Also, die sind erstmal nicht so schlimm. Aber wer hat uns denn noch getötet? Die... Skorpione haben uns, glaube ich, einmal getötet. Von mir. Die werden jetzt sehen, ey. Auch wenn das meine sind. Sehen wir nochmal irgendwelche Planeten hier in der Nähe? No, wahrscheinlich so. Schade. Würde mich erfreuen. Aber was sind denn für welche? Sind das diese Einhornviecher? Nein, das sind... Auch abfädieren, also. Gut. Da waren uns Skorpione, meine ich, oder meine? Nein, da ist... Schneid es. Oh Gott, nein. Den legen wir uns auf keinen Fall an. Oh Gott. Also, da muss ich einmal... Muss ich den mal einmal kurz angucken, ey. Oh Gott, die sind richtig schwer. Die haben fünf Leben mehr. Also, die haben... Die normalen Viecher haben 40 Leben. Also, mehr als unsere Alphas. Und da haben die Beißen... Beißen, vier, Ramm, fünf, Spucken, fünf. Geschwindigkeit, auch fünf. Oh Gott. Also, von denen sollten wir uns fernhalten. Auf jeden Fall. Ey, Burs, da sind noch welche von mir. Oh. Die sind auch süß. Ich treffe so viele von mir, auf jeden Fall. Komischerweise. Oh, die sind böse, die sind böse. Aber ich kann euch beweisen, dass das meine sind. Und zwar, hier, Luxi. Das sind meine, bereitgestellt. Haben... Die könnten wir besiegen. Beißen, drei. Ja, die sind... Die könnten wir besiegen. Machen wir mal kurz Pause, um zu sehen, ob hier ein Alpha ist. Ähm, scheint erstmal nicht so zu sein. Nein, ich glaube, wir müssen auch nicht so viele von denen besiegen. Nein, doch, fünf. Müssen wir jetzt scheinbar immer. Also, da würde ich sagen, gehen wir mal kurz ein bisschen weiter weg, damit wir rammen können. Und unsere schönen Kombo einsetzen können. Unsere schönen Kombo. Also, es fällt mir ja schon irgendwie ein bisschen schwer, meine eigenen Viecher hier rumzubringen, aber... Naja, was soll ich machen? Weißen wir noch nicht mal fünf Stück, ist ja... Eine Frechheit. Ah, da ist noch einer. Ach, du Scheiße. Mit denen sollten wir uns auch nicht anlegen, mit diesen Gorillen da. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier geschehen, Alter? Irgendwie... Irgendwie... Irgendwie sind da jetzt ganz neue... Neue Sorten angekommen. Komm, das noch... Das noch ein Alpha. Den müssen wir noch besiegen. Komm, schreck dich an. Yep. Und wir wachsen wieder. Oder unser Gehirn oder so. Oh, hoffentlich ziehen wir da nicht wieder um, ey. Denn ich finde, man zieht irgendwie viel zu schnell um. Man muss ja noch alles erkunden und alles, weil das läuft ja mit DNA, wie schnell man... Wie schnell man wieder abhaut und... Naja. Wow. Die ganze DNA ist in deinem Kopf gelandet. Dein besonders großes Gehirn lässt nun die dritte Kreatur in deinem Rudel zu. Oh, das ist nicht schlecht. Aber wir essen jetzt erstmal was hier. Schalten wir uns mal auf... Sozial, damit uns hier nicht die Gorillas zu nachkommen, oh Gott. Also die werden... Die können noch zu einem Problem werden. Oh, wir haben schon 42 Leben jetzt. Das ist nicht schlecht. Na, schade, wir haben uns keine Verbündeten in der Nähe. Was sind das für welche? Aber die sind ja einfach. Ey, die sind ja richtig einfach mal. Die da hinten sind. Die haben nur 20 Leben. Oder der Alpha zu 120 Leben. Aber das sind noch andere Gegner. Also die... Ah, ne. Ne, doch nicht. Hab ich mich verguckt. Naja, machen wir nicht. Das lassen wir mal lieber sein. Das sind, glaub ich, noch diese Gorillas. Oder... Oder ne, es sind jetzt andere. Ne, die... Die werden wir nicht besinnen können. Wir haben es auch in Alpha und alles. Aber... Wir haben noch zu wenig Angriff. Na, wir stehen ja auf Nett und alles. Können wir darüber schwimmen im Mond? Ja, würde ich mir gerne. Kurze Sachen wollen. Können wir überhaupt schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Wir können schwimmen. Hey, wusste ich gar nicht. Gut. Umso besser. Denn hier sind noch ein paar Sachen. Und das ist nicht schlecht. Also. Nehmen wir das mal mit Elfin-Magie. Wir schalten was frei, was nichts bringt. Weder Angriff noch Gesundheit noch irgendwie Tanzen, Singen oder sonst was. Naja, gut. Ah, das ist auch mal was. Ah, wir schalten auch nicht neue Sachen frei. Äh, es sind ja unsere. Warum sind die hier? Hä? Hier sollte eigentlich noch unbekannte Spezies liegen. Ach so, genau. Ich hab grad noch was gesehen.